In diesem Video geht es um Vercel und um GitHub Actions und wie man diese beiden verbinden kann. Aber was haben wir eigentlich vor? Prinzipiell werden die meisten von euch Vercel zusammen mit GitHub im Einsatz haben und diese beiden Dienste verbinden, um die Repositories aus GitHub direkt in Vercel zu deployen. Wir wollen das aber nicht machen. Wir wollen ein bisschen weitergehen und wir nutzen daher GitHub Actions. Und hier wollen wir eine Pipeline definieren, die für uns drei Steps hat. Das kann ihr natürlich variieren. Im Laufe des Tutorials werden wir eine Pipeline bauen, die unseren Code lintet, dann testet und am Ende das Ganze zu Vercel deployed. Das funktioniert aber nur unter bestimmten Bedingungen. Das bedeutet, dass wir als erstes, wenn unser Job linter durchläuft, erst dann den zweiten Step ausführen und erst wenn unsere Tests erfolgreich waren, wirklich ein Deployment zu Vercel durchführen. Das heißt, wir deployen nicht jeden Commit, jeden Branch zu Vercel, wie es standardmäßig, wenn man ein Repository verbindet, üblich ist, sondern wir gehen deutlich selektiver vor und können es so in Produktion deutlich effizienter und besser einsetzen. Also, los geht's! So, los geht's mit dem ersten Kapitel unseres Videos. Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Kapitel um ein Setup. Das bedeutet, jeder von euch, der ein anderes Setup hat oder schon viel Erfahrung mit Node besitzt, kann dieses Kapitel leicht überspringen. Ich will aber trotzdem der Vollständigkeit halber erklären, wie wir hier starten. Es handelt sich hierbei um Visual Studio Code und hier in der Seite um eine Standardentwicklungsumgebung. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber was wollen wir denn heute machen oder was kann diese Umgebung hier eigentlich? Prinzipiell habe ich hier einige Befehle, die wir im Laufe des Videos brauchen werden. Und zwar, ich kann mit MPMI beziehungsweise mit NPM CI, das kann ich auch machen, Packages installieren. Dabei nutzen wir entweder die Package JSON oder beim CI die Package Log. Das ist wichtig, um unsere Abhängigkeiten unseres Projektes zu installieren. Das werden wir später in der Pipeline brauchen. Das nächste, was wir machen können, ist mit NPM Run Lint einen sogenannten Linter ausführen. Dabei kontrolliert jetzt in dem Fall ESLint, ob unser Code korrekt formatiert und bereitgestellt ist. Wir sehen, wir haben keine Fehler. Außerdem können wir mit NPM Run Test Unit Tests, in meinem Fall mit VTest, ausführen. Und wir sehen, das hat wunderbar geklappt. Meine Unit Tests sind erfolgreich durchgelaufen. Und am Ende können wir mit NPM Run Build unsere eigentliche Webseite bauen. Also wir bauen ein fertiges Projekt, in unserem Fall in diesem DIST Ordner hier oben, wo wir jetzt einen Asset Ordner haben mit unserer gebauten JavaScript und CSS Datei, sowie unserer Index Datei, die ihr hier in dem Source Ordner seht. Grundsätzlich ist das auch schon alles, was unser Setup kann. Wir werden hier nicht wirklich etwas anpassen, weil wir müssen jetzt erstmal unser Vercel-Projekt erstellen und unser Projekt deployen. So, dann legen wir mal los mit dem eigentlichen Vercel-Thema. Und zwar erwarte ich von euch, dass ihr schon einen Account habt. Wenn ihr noch keinen Account bei Vercel habt, findet ihr einen unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch einen Account erstellen. Das Ganze kostet doch erstmal nichts und ihr könnt damit auch einfach rumspielen. Grundsätzlich sehen wir hier, dass ich noch kein einziges Projekt habe. Was wir aber brauchen, ist die Vercel-CLI. Diese Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir brauchen in unserem Fall den NPM-E-Befehl. Den kopiere ich mir jetzt einmal und gehe zurück in Visual Studio Code. Hier kann ich mir den Befehl jetzt einfügen und das Ganze einmal installieren. Nachdem wir das jetzt installiert haben, können wir mit Vercel-Version überprüfen, dass wir eine aktuelle Version haben. Das funktioniert also. In meinem Fall bin ich hier schon angemeldet. Ihr werdet wahrscheinlich bei euch mit Vercel noch nicht angemeldet sein. Und wenn ihr jetzt den Befehl eingibt, einfach nur Vercel, dann werdet ihr wahrscheinlich nach einem Login gefragt. In meinem Fall möchte ich jetzt etwas installieren. Also ich sehe hier schon die Development und dann mein Repository, in dem ich mich gerade befinde. Das möchte ich gerne deployen. Also sage ich hier einfach nur Ja. Das Nächste, was er mich fragt, ist, wo ich das Ganze hin deployen möchte. In meinem Fall sage ich zu Johannes Schiel. Die nächste Frage ist, wie gesagt, gibt es ein existierendes Projekt? In meinem Fall Nein. Also es gibt kein Projekt. Und den Namen meines Projektes lasse ich einfach so, wie das Repository heißt. Und die Directory, wo mein Code ist, ist die oberste Ebene. Also Punkt Slash ist korrekt. In meinem Fall wird jetzt das Projekt aufgesetzt. Und hier wird gefragt, habe ich irgendwelche Anpassungen in meinem Build-Prozess? Naja, hier eigentlich nicht. Wir haben Veed Build. Alles läuft ganz normal. Wir haben nichts verändert. Also sagen wir hier Nein, wollen wir nicht verändern. Und jetzt deployen wir das Ganze. In dem Moment hat das auch schon funktioniert. Und meine Seite wird gerade online bereitgestellt unter der URL, die hier zur Verfügung steht. In meinem Vercel-Projekt sehe ich jetzt, hier ist ein neues Projekt aufgetaucht. Wenn ich das anklicke, sehen wir hier jetzt auch, dass mein Projekt korrekt gehostet wurde. Hello World steht hier. Und wir sehen hier unseren Pfad, den wir theoretisch öffnen können. Das Ganze hat also wunderbar funktioniert. Wir müssen jetzt aber noch einige Einstellungen vornehmen. Und zwar legen wir in unserem Projekt jetzt etwas Neues an. Und zwar sagen wir hier einfach Vercel.json. In meinem Fall möchte ich nämlich diese Befehle hier mit hinzufügen. Diese Befehle besagen einmal, dass wir die zweite Version von Vercel benutzen wollen. Dass das kein Public-Projekt ist und dass wir GitHub nicht enablen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Befehl, weil ansonsten baut Vercel bei jedem Commit ein neues Deployment. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ein Deployment abhängig von verschiedenen Build-Steps, die wir über die GitHub-Actions laufen lassen. So müssen wir das also definieren und speichern das Ganze ab. Außerdem haben wir hier durch unser Projekt einen neuen Ordner generiert bekommen, nämlich .vercel, wo wir eine Projekt-Json drin haben und eine readme.txt. Diese beiden Dateien, die hier drin liegen, wollen wir in Zukunft auch nicht berücksichtigen. .vercel. Wenn wir das Ganze hinterlegt haben, dann wird das jetzt hier auch korrekt ausgeblendet, weil das ist unser Ziel. Wir wollen nicht, dass Vercel diese Dateien verschiebt. Das sollen versteckte Dateien sein, die nur in unserem lokalen Repository liegen, weil theoretisch wollen wir das später gar nicht so etablieren. Wir brauchen nur diese beiden Informationen, weil jetzt können wir weitermachen, unsere eigentlichen Actions und dann unser GitHub-Deployment mit Vercel vorzunehmen. So, das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen uns einen neuen Ordner. Dieser Ordner heißt .github und hier drin erstellen wir uns einen weiteren Ordner, der heißt Workflows. Hier drin erstellen wir uns jetzt eine neue Datei, die nennen wir einfach dev.yaml, die könnt ihr nennen, wie ihr wollt, in meinem Fall nenne ich die einfach so. In unserer Pipeline angekommen, definieren wir als erstes unseren Namen unserer Pipeline und außerdem, in welchen Event-Hooks das Ganze laufen soll. In meinem Fall sage ich, das Ganze soll eigentlich nur unter meinem Tutorial-Branch, den ich für dieses Video erstellt habe, laufen, alles andere soll ignoriert werden. Danach kommen unsere eigentlichen Jobs. Unsere Jobs sind verschiedene Steps in unserem Bildprozess und unser erster Step, wie ihr am Anfang des Videos erklärt, ist unser Lint-Prozess. Unser Lint-Prozess geht dabei einfach in einen Namen als erstes rein und wir sagen hier, wir haben einen Lint-Job mit dem Namen Linter und der soll auf einem Ubuntu laufen. Also wir sagen, Runs on Ubuntu Latest. Außerdem wollen wir verschiedene Steps im Rahmen dieses Jobs definieren. Das können wir ganz einfach über den Step-Punkt machen und hier sagen, okay, wir checken als erstes einmal unser eigentliches Projekt aus. Das ist in meinem Fall einfach den Code mit Checkout Version 3 und wir wollen, dass das Ganze in Node Version 18 läuft. Das sagen wir mit diesem Step hier unten drunter. Außerdem ist unser nächster Punkt auf unserer Liste in unseren einzelnen Steps, dass wir das Ganze jetzt auch installieren und vor allem linden. Als erstes sagen wir aber, damit unsere Pipeline schneller läuft, dass wir einen Cache nutzen wollen. Dieser Cache speichert unsere Node-Modules-Ordner basierend auf der Package JSON und damit können wir unseren Bildprozess deutlich beschleunigen, weil wir müssen jetzt vor unserem eigentlichen Projekt als erstes mal durchführen, dass wir hier unsere Packages installieren, damit jetzt unser Lint-Befehl durchläuft. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern und ich das Ganze hier jetzt einfach mal committe, also wir sagen, das Ganze möchte ich jetzt einmal hinzufügen und sage Update, dann haben wir jetzt wunderbar einen Prozess getriggert, den wir uns jetzt in GitHub einmal ansehen werden. In unserem GitHub-Projekt sehen wir jetzt unter dem Menüpunkt Actions, dass unsere Pipeline mit dem Commit Update in dem Branch Tutorial durchgelaufen ist in 28 Sekunden. Wir können uns jetzt auch einmal angucken, was hier passiert ist. Und zwar sehen wir jetzt hier unseren Linter-Job, der ist durchgelaufen. Hier sehen wir die einzelnen Steps. Unter Caches sehen wir jetzt ebenfalls, dass wir hier einen neuen Cache erstellt haben, der 25 MB groß ist, wo halt unsere Node-Modules alle drin liegen. Prinzipiell hat also unser erster Step funktioniert, aber wir haben noch nicht unseren Tester durchlaufen lassen. Das wird jetzt die nächste Aufgabe. Für unseren Tester gehen wir ebenfalls einfach wieder in unsere Dev.yaml und sagen hier, wir haben einen Test und der soll erst durchlaufen, in dem Moment, wenn unser Linter erfolgreich durchgelaufen ist. Also er wartet darauf, dass unser Lint-Job, den ihr hier oben ja verlinkt seht, korrekt durchgelaufen ist. Außerdem sagen wir auch hier wieder, unser Test läuft auf eurem Ubuntu und bekommt von uns einen Namen. Außerdem exakt dasselbe wie oben. Wir sagen wieder, dass wir das Ganze auschecken wollen und wir sagen hier auch, dass wir wieder unseren Cache benutzen wollen, den wir oben definiert haben. Und was wir auch natürlich definieren, sind unsere eigentlichen Jobs, die wir hier unten laufen lassen wollen, nämlich npm-i und npm-run-test. Das Ganze speichern wir jetzt ab und sagen, wir wollen das Ganze committen unter Add Tests. In dem Moment committe ich das Ganze und wir gucken uns das in GitHub mal wieder an. So unter GitHub Actions sehen wir jetzt wieder unsere Workflows. Wir sehen auch hier unseren neuen Commit, nämlich Add Tests. Und wenn ich hier draufklicke, sehen wir, dass unser Linter durchgelaufen ist und danach ist unser Testing durchgelaufen. Also die beiden sind jetzt mit so einer Linie verbunden und das macht dieser Needs-Punkt in unserem Workflow. Das Nächste, was jetzt hier nachkommen muss, ist natürlich unser Deployment zu Vercel und das gucken wir uns jetzt an. So, dann legen wir mal los mit dem interessantesten Part und das Erste, was wir jetzt hier machen, wir definieren unseren eigentlichen Deployment-Job. Unser Deployment-Job wartet natürlich in unserem Fall, weil das ist ja das Ziel dieses Videos, dass unser Test und unser Lint durchgelaufen ist. Außerdem definieren wir auch hier wieder einen Namen und natürlich ein System, auf dem es laufen soll, auch wieder Ubuntu und wir checken auch hier wieder mit der Version 3 unseren Code aus. Das Ganze speichern wir jetzt so ab. Das funktioniert. Was wir jetzt aber machen wollen, ist einen etwas anderen Job aufrufen, also nicht wieder irgendein Job innerhalb von Node-Einstep, sondern wir wollen das Ganze jetzt zu Vercel deployen. Dafür nutzen wir diese Action, die von dem Nutzer auf GitHub bereitgestellt wird und in der Videobeschreibung verlinkt. Hinterlasst auch ein Dankeschön, wenn ihr das in Zukunft auch nutzt. Man freut sich als Entwickler immer, wenn man etwas Open Source zur Verfügung stellt und die Leute sich bedanken. Prinzipiell, wenn man hier mit Weiter jetzt noch sagt, wir wollen einige Parameter übergeben. Das Erste, was wir hier nämlich brauchen, ist ein Vercel-Token. Was dieser Vercel-Token ist, gucken wir uns gleich an. Wir wollen außerdem verhindern, dass ein GitHub-Commit erstellt wird, deswegen sagen wir hier schlicht und ergreifend GitHub-Commit false. Außerdem brauchen wir eine Vercel-ID, die fügen wir hier unten ebenfalls ein und wir sagen, wir brauchen auch eine Projekt-ID von unserem Vercel-Projekt. Die fügen wir hier ebenfalls ein. Außerdem brauchen wir noch einen Scope, also einen Rahmen, in dem sich unser Deployment bewegt. Das müssen wir auch gleich noch hinzufügen. Und wir wollen ebenfalls eine Alias-Domain definieren, also eine Domain, unter dem unser Deployment laufen soll. Unser Deployment heißt in unserem Fall einfach Tutorial-URL. Das ist einfach ein Demo-Projekt. Da könnt ihr natürlich auch eine richtige URL reinschreiben, wenn ihr beispielsweise wirklich eine Domain zugewiesen habt. Aber was ist denn hier Scope, Projekt-ID, Organisation und Token? Die drei hier unten, also Scope, Projekt-ID und Organisation-ID, ist relativ einfach. Und zwar können wir hier einfach in unseren Baum gehen und öffnen hier die Projekt-JSON. Hier haben wir nämlich die Organisation-ID. Die kopieren wir uns jetzt einmal und fügen die einfach bei Scope und bei hier oben der Organisation-ID ein. Und wie man erwartet hat, hier unten haben wir unsere Projekt-ID und diese fügen wir hier ebenfalls ein. In dem Moment haben wir unsere einzelnen drei Tokens schon definiert, aber ihr seht hier oben, der Vercel-Token fehlt noch. Den sollten wir uns jetzt definieren. Um einen Vercel-API-Access-Token zu erstellen, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu dieser Seite. Hier klickt ihr einfach nur auf Account-Token-Page und dann kommt ihr auf diese Seite, wo ihr einen Namen, einen Scope und einen Expiration-Date setzt. Ich würde euch wärmstens empfehlen, hier wirklich ein Ablaufdatum eures Tokens zu definieren und euch lieber einen regelmäßigen Kalendereintrag zu machen, diesen Token zu ersetzen, sodass ihr nicht einen Token benutzt, der niemals abläuft. Das ist eine Sicherheitslücke und sollte man nicht tun. Ich erstelle mir den jetzt einfach. In dem Moment drücke ich hier auf Erstellen und mein Token wurde erstellt. Zurück in unserem Projekt müssen wir unseren Token jetzt hier einfügen. Dieser Token, der hier steht, wie gesagt, existiert so nicht mehr, deswegen ist es nicht tragisch, dass ihr den jetzt seht. Aber prinzipiell, so sollten wir das auf keinen Fall verwenden. Wenn ihr das so verwendet, habt ihr eine gewaltige Sicherheitslücke. Um das Ganze besser zu verwenden, sollten wir das Ganze hier einmal kopieren und etwas aufbereiten. Unser Vercel-Sicherheitstoken, den wir hier oben definiert haben, sollten wir ersetzen durch ein Secret, nämlich Vercel-Token. Außerdem haben wir ein weiteres Secret, nämlich unsere Organisation-ID, die wir ebenfalls aus einer Variable entladen sollten. Und unsere Projekt-ID ist da keine Ausnahme, genauso wie der eigentliche Pfad, also unsere Vercel-URL, die wir hier jetzt einfügen. Diese Syntax, die ich jetzt hier benutzt habe, bedeutet, dass wir auf Secrets in unserer GitHub-Instanz zuweisen und nicht in unserem Quellcode. Also wenn zum Beispiel ein Open-Source-Projekt existiert, wo viele Leute mitarbeiten, haben diese Leute keinen Zugriff auf eure Kürzel, sofern sie nicht wirklich Admin-Rechte für das Repository haben. Wir müssen also jetzt unsere Werte hier erstellen und mitnehmen in unser Projekt. In eurem GitHub-Projekt geht ihr hier jetzt einfach auf Settings und in Settings scrollen wir etwas nach unten und dann findet ihr hier Secrets and Variables. Wenn wir da draufklicken, klicken wir auf Actions und ihr seht hier, ich habe schon einiges vorbereitet. Nämlich habe ich hier unsere vier Secrets, die genauso heißen, wie sie gerade in der Datei auch benannt wurden. Um ein neues Secret zu erstellen, müsst ihr aber eigentlich nur hier oben auf New Repository Secret gehen, zum Beispiel die URL hier reinkopieren, allerdings ohne die Anführungszeichen und dann sagen, wie heißt das Ganze, in meinem Fall Vercel-URL. Das tut ihr natürlich für alle vier Secrets, die wir definiert haben und so könnt ihr sicher das Ganze verwenden. So in unserem Projekt müssen wir also diesen Code nur noch entfernen, das Ganze abspeichern, zu unserem Commit hinzufügen und das Ganze unter Deploy an GitHub Action schicken und dann gucken wir uns doch mal an, was jetzt passiert. Zurück in GitHub sehen wir unter unserem Action-Tab hier jetzt, dass unser Deployment korrekt durchgelaufen ist. Wenn wir uns das angucken, sehen wir hier unten auch, dass wir jetzt drei Steps haben, die jeweils miteinander verbunden sind und so aufeinander aufbauen. In Vercel sehen wir jetzt hier, dass auch ein neues Deployment abgeschlossen wurde unter dem Commit Deploy, also nicht von Vercel selbst, weil wir haben ja in der Zwischenzeit zwei weitere Deployments beziehungsweise Commits getätigt und wenn ihr das normal verknüpft hättet, hätten wir hier jetzt eigentlich vier Deployments in Vercel, aber wir haben unsere Pipeline nur eins deployed. Wir sehen auch, dass das Ganze funktioniert hat. Wenn wir hier einmal draufklicken, sehen wir nämlich hier, dass zum Beispiel unsere Domain tutorial-url.vercel.app so definiert ist, dass wir jetzt eine eigene Custom-URL von Vercel haben und somit unser Projekt abhängig von unserer Pipeline deployen können. Das funktioniert natürlich nicht nur für das, was ich hier gerade gezeigt habe, sondern für jeden erdenklichen Build-Step. Also ihr könnt das auch noch deutlich komplizierter oder auch einfacher gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten gerne mal einfach auf dem Discord-Server vorbeischauen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.